Ersetzen von Druckerpatronen bei Ihrem Drucker der HP OfficeJet 8010, OfficeJet Pro 8020 oder 8030 Druckerserie, bei denen der Tintenstand niedrig oder leer ist, wie auf dem Bedienfeld des Druckers angegeben. Öffnen Sie die vordere Klappe und heben Sie dann die Zugangsklappe zu den Druckerpatronen an. Warten Sie, bis der Druckschlitten zum Stillstand kommt und keine Geräusche mehr verursacht. Drücken Sie bei der zu ersetzenden Druckerpatrone auf die Lasche, um diese zu lösen. Halten Sie die Druckerpatrone an den Seiten fest und entfernen Sie diese aus dem Drucker. Legen Sie die Druckerpatrone zur Entsorgung beiseite. Weitere Informationen zum Recyceln Ihrer gebrauchten HP-Druckerpatronen erhalten Sie unter hp.com//recycle. Entnehmen Sie die Ersatzpatrone aus der Verpackung. Ziehen Sie die Lasche gerade zurück, um die Kunststoffhülle zu entfernen. Halten Sie die Druckerpatrone an den Seiten und drehen Sie die Kappe, um diese zu entfernen. Installieren Sie die Ersatzpatrone in dem korrekten Steckplatz. Achten Sie darauf, dass die Farbe auf der Druckerpatrone mit der Farbe auf dem Druckkopf übereinstimmt. Halten Sie die Druckerpatrone an den Seiten, schieben Sie diese in Ihren Steckplatz und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet. Ersetzen Sie bei Bedarf die anderen Druckerpatronen. Senken Sie die Zugangsklappe zu den Druckerpatronen, schließen Sie die vordere Klappe und fahren Sie mit dem Drucken fort.